So, ich muss nur kurz was erledigen. So, Workbench, eigenen Ofen bauen. So, wir können uns natürlich auch was kaufen, aber noch haben wir ja kein Geld. Komm, machen wir das hier mit dem Truff. Achso, wir haben noch keine Kohle. Naja, egal. Ich bremme das halt kurz mit Dings. Was hat der denn anzubieten? Ich habe ja noch kein Geld, aber... Oh, achso, genau, der gibt ein kostenloses Brot. Was, noch eins? Ich glaube nicht, ne? Ne, naja, fick dich. So. So, 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 so. Machen wir das auch noch. Hier, 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 hier. Kriegst du. Jo, da warten wir kurz ab. Obwohl, müssen wir abwarten. Ne, wir gehen jetzt schon mal raus. Wir lassen das über Nacht brennen. Das essen wir jetzt aber schon mal beides. Obwohl, das können wir noch ein bisschen kurz warten. So, und dann geht's jetzt an die Monster. Habe ich denn auf einfach? Jawohl. Tja, auf schwer wäre das hier, glaube ich... Oh, fuck, gleich ein Creeper. Scheiße. Ich glaube, auf schwer wäre das zu heftig. Wo ist der Creeper hin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo... Ah, die Creeper. Achso, ich glaube, die verschwinden, weil sie hier in der Nähe kommen und hier nichts zerstören sollen. Das ist schlau gemacht. Das ist echt schlau. Lass den Creeper, den will ich jetzt nicht. Habe ich jetzt gerade keine Coins von dem Zombie bekommen? Oder kriegt man doch keine Coins mehr von... Kriegt man keine Coins mehr? What the fuck, ich will Coins. Gold. Ich will Gold. Los. Mehr Gold. Früher hat man doch Geld gekriegt von den Viechern, oder? Scheiße, kriegt man kein Geld mehr? Ist ja eher entschmutigend, sage ich immer. Scheiße. Okay, da schmiert auf einmal Minecraft ohne Fehlermeldung oder alles ab. So, du kommst hier eh nicht hin. Du kommst... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte, die verschwinden. Warum verschwinden die denn jetzt nicht? Leck mich. Okay. Ja. Gut. So, Skelette kloppen. Skelette kloppen. So. Okay, kein Problem. Aber man kriegt echt kein Geld von denen. Das ist scheiße. Man muss das Zeug also von denen verkaufen. Was ist das scheiße, dass man kein Geld von denen kriegt? Meine Gold. Gold, 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 Gold. Naja. Okay, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Mein Leben sinkt. Ich glaube, ich habe noch nie so richtig mit dem Bogen gekämpft in Minecraft. Ah, der hat sogar einen verloren. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Okay, so gut. Ähm. Jawohl. Komm in die Fresse. Autsch. Ja, das ist taktisch scheiße. Ah. Okay, rennen. Komm, 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 komm. Leck mich. Ich kann rennen. Das könnt ihr nicht. Ah. Ah. Leck, meine Klöten. So, komm. Jawohl. Ah. Ah, ich darf zuerst. Ha, ha, ha. Nups. Nups. Okay. Autsch. Nein. Lass mich. Oh, ey. Skelette sind echt fies geworden, finde ich. Autsch. Jetzt. Arschloch. Und keine Coins für die Scheiße, ey. Was soll denn der Kack? Ich weiß noch, ich glaube Endermans haben damals die meisten Coins gebracht, oder? Was war da mal so? Oh, naja, wahrscheinlich gibt's jetzt viel bessere Neuerungen. Naja, schade. Hallo Endermans. Was geht ab? Zap. So. Ähm. Creeper Management hier. Okay. Ich bin auf das Schwarzpulver-sch... Ähm. Ähm. Scharf. Weil... Vielleicht kann man das gut verkaufen. Ah, früher, genau. Früher gab's so einen Bug. Ich weiß nicht, ob der immer noch da ist. Ähm. Plumen waren total viel wert. Die konnten wir verkaufen, da war man so recht viel scheiße. Ähm. Ähm. Ja, und die sammeln das einfach mal ein. Ich bin Plumengeil. Ne? Wenn du Bescheid wirst. So. Ah, ich dachte, ich schaff's noch. Haha, aber ich lebe noch. Hahaha. Okay, gut. Wir sammeln weiter Plumen. Ähm. Da hinten ist noch eine Kuh. Die interessiert uns jetzt nicht. La la la. Ja, statt Monsterkloppen jetzt Plumen sammeln. Das... Naja. Gut. Oh fuck, 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 oh Gott. Okay. Okay. Ähm. Schwert. Neu Schwert. So. Ich hoffe, die sind immer noch so viel wert. Obwohl, das wäre eigentlich auch traurig, wenn es so wäre. Weil... Ähm. Das wäre eigentlich Cheaten fast. Aber obwohl, wenn sie so auf Plumen stehen, warum sollte man es nicht... Oh, scheiße, nee. Komm. Der einzige Cheat, den ich hier verwenden werde, ist Regen aus, weil ich Regen einfach noch hasse. Na gut. Wir gehen jetzt erstmal nochmal rein. Auch wenn es noch nicht ganz Tag ist, aber ich will den Park gleich beenden. Ich muss gleich weg. Und deswegen... Gehen wir jetzt kurz rein. Essen nochmal... Ach wohl, wir brauchen nichts essen. Aber wir packen das Fleisch ein. Ähm. Ja. Und so. Verkaufen erstmal, das wollte ich sagen. So. Und dann gucken wir gleich mal, ob sich das geändert hat, dass man nicht mehr so lange braucht, bis man die Monster kloppt hat. Weil früher war das ewig, wie man die Monster kloppen musste. Mal gucken, ob das immer noch so ist. Aber erstmal verkaufen wir hier. Ähm. Sell Item. Die Rosen. 63. Ist das viel? 580. Ist das viel? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht abschätzen, ob es jetzt viel ist. Hier Samen kann ich verkaufen. Muss man eine Samen haben. Samenbank. So. Achso, das ist wahrscheinlich... Achso, das ist totale Geld. Das ist totale Geld. Okay, so. Verrottetes Fleisch um aufverkaufen. Schwarzwürf bringt... Oh, Schwarzwürf bringt viel. Wusstest du es doch. Erde. Will er nicht. Hm. Okay, ähm. Knochen. Äh, geht so. Cool, dann haben wir schon ziemlich viel Money. Cash. Pfeile. Wie viel kostet denn ein Pfeil? 7 Coins. Komm. Weiß ich. 6. Ja, komm. Ha. Komm. Hohohoho. So, haben wir einen 64er Stack. Pfeile. So, was gibt's denn noch so? Diamantstiefel. Wie viel? Oder Diamants, äh, Spitzhacke. Wie viel kostet das? Kann man das? Ne. Oh, fünfter. Oh, Diamantbeinschinen. Gibt's keine Diamantspitzhacke? Doch. Schwert. 1.200. Oh. Holzspitzhacke. Okay, geht so. Wie kann der Diamantspitzhacke? Egal. Ähm. Was wollen wir denn? Äh, so ein Diamantschwert wäre geil. Aber das können wir uns eh nicht leisten. 1.200, okay. Egal. Ähm. Eisenschwert. So, haben wir schon die Monster ein bisschen. Aufwärtsnachgleich zwei. So. Dankeschön, Werteher. Gut. Dann können wir die Monster einfach ein bisschen schneller kloppen. So, jetzt ist unser Inventar natürlich ein bisschen un... Ah, wir können uns hier eine neue Rüstung kaufen. Ähm. Und zwar die... Lederkappe? 135. Das geht. Ach ne. Ich kann's mir nicht mehr leisten. Hahaha. Fuck you too. Ja. Egal. Gut. Wegen etwas zum Anziehen. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach eine Pause. Ähm. Ich weiß nicht, ob das gerade verschwenderisch war. Kann sein. Egal. Wir sind eher am Anfang hier. So. Ja. Achso. Ah, wir wollen ja noch meinen King gucken. Äh, wie viel das jetzt gebracht hat mit diesen wenigen Monstern. Also früher, ich weiß noch, das war so ätzend, äh, diesen Erstquest da zu machen. Weil das so lange gedauert hat, bis man da die Monster voll hatte. Und ich hoffe, dass es behoben wurden. Das hat jetzt nicht mehr so lange gedauert. Ja. Schauen wir mal. Hallöchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sign up. Hä? Warum war ich schon? Ich war gar nicht drin? What the fuck, man. Warum? Ich... Ich hatte das doch, oder? Hatte ich das? Oder... Ah, oder weil Minecraft abgestürzt ist. War das ja fies. Naja. Fick dich auch. Ja gut. Egal. Wir werden dann einmal den Part beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Und vergesst, bitte nicht mehr Tipps zu geben und alles, was man so machen kann und so. Ähm. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, lasst es knacken und bis dahin. Ciao.